Yo, yo, ihr verrückten Biester, willkommen mal wieder auf dem Pixel-Biester-YouTube-Kanal. Viele unserer Teammitglieder spielen in ihrer Freizeit ganz gerne mal Kors und uns ist aufgefallen, dass die Maps auf jeden Fall mal ein Update brauchen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach selber mal ein paar Maps zu bauen und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Yo, sorry, dass ich nochmal kurz störe, aber ich möchte euch darum bitten, dass wenn euch das ganze Video gefällt, dass ihr uns dann einen Daumen nach oben da lasst, denn das hilft uns viel, viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt, um unsere Arbeit zu verbreiten. Wenn euch das Video nicht gefällt, dann gebt uns auch gerne einen Daumen nach unten und schreibt uns am besten in die Kommentare, was wir verbessern sollen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon mit dem Video. Mensch, diesmal sind wir nicht nur gespannt, wie die Maps bei euch ankommen, sondern auch bei uns selber, weil ich denke mal, das halbe Team wird dann wieder auf den Maps zocken. Und das Beste ist, wenn ihr den Label-Mod habt, könnt ihr uns jetzt sogar erkennen, denn wir haben jetzt in-game so Hörner auf dem Kopf. Dafür geht nochmal ein fettes Dankeschön an Labelstudio raus. Der ist ganz oben verlinkt, schaut da auch bitte mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, hoffe ich. Bis dann und Cheerio!